Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einer Nägelnagel neuen Folge von Minecraft Bionic Erbüß. Ich war in der letzten Zeit ein bisschen faul, weil ich ehrlich gesagt wenig Lust hatte auf dieses Geruckel, den Aufnahmen. Ihr habt es ja sicher bemerkt, da ist mir irgendwie die Lust vergangen dabei. Ja, deswegen... Hm... Ich glaube, das hier hat ich fertig, ne? Dann sollten wir hier mal langsam weitermachen und ich muss noch kurz Musik auf meinem Ohr leiser machen. So ist besser. Ähm, auch das Mikro hängt jetzt woanders und ich benutze mal ein anderes Gate, um das Hintergrundgeräusch rauszufiltern. Ich hoffe, das klappt einigermaßen und ich höre mich noch gut an. Und auch, dass er richtig attackt, so nennt sich das. Also meine Stimme nicht abgehackt klingt, vor allem nicht, wenn ich anfange zu sprechen. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt der Fall ist. Wenn ja, tut mir schon mal voraus leid. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Ach, ich wollte die Dinger da einsortieren. Genau. Wir haben das Gold entlassen und das zurückbekommen. Fliegen können wir jetzt. Das ist schon mal episch gut. Ähm, das Schwert kann man da rein, das brauchen wir noch. Das kann da erstmal rein und der Eimer auch. So, bei der Schmiede haben wir ja soweit alles fertig. Besser will ich die nicht bauen, weil brauchen wir nicht. Wir haben hier den Dings, wenn wir mehr zu wollen. Wir haben hier den, wie heißt er? Double Crusher. Ich habe noch Glas drin. Hätte ich eigentlich auch hier sehen können, weil das ist einer von denen hier. Aber ist egal. Ich nehme die All-Rootable und rein damit. So, ähm. Wir müssen gleich vergessen, was brauchen wir denn hier für nochmal? Also wir haben den Meta-Transmitter. Wir brauchen... Die Menschenbilder haben wir auch. Wir brauchen so eine Power-Sell. Redstone Dial da und Redstone Transmitter. Na, ob ich mir das merken kann. Irgendwas vergesse ich doch wieder. Schauen wir mal mit dem Dialer an. Den muss ich bestimmt herstellen. Ja, DSL bestimmt. Ja, genau. Wir brauchen DSL hier in Minecraft. Weil... Langsam das Internet ist doof. So, wir machen gleich mal acht Stück. Gucken wir mal, ob wir hier ein Lever haben. Es könnte sein, dass ihr das Tippen jetzt ein bisschen lauter hört. Ich weiß gar nicht, ob man das vorher schon immer gehört hat. Kann gut sein. Aber wenn ich rede, würde ich auf jeden Fall das Tippen hören. Ähm. Tut mir leid. Aber... Ich denke, das ist trotzdem ein besserer Sohn. Hoffentlich. 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 So. Wir brauchen also ein Lever. Wir haben keine mehr. Machen wir doch mal welche. Hier. Ich bin kein... Ja, stimmt. Wir hatten ja keinen Koppel. Ich muss Koppel fahren. Okay. Dann machen wir das doch mal so, dass wir... Hier. Macht man. Drücken wir das, weil ich das aus dem Allerstein gewohnt bin. Ähm. Ähm. Ja. Das ist drauf. Mein Gott. Das ist echt ein paar Tage meinschaftlich und schon können wir gar nichts mehr. Ach. Wir haben hier doch... Ich hole das mal alles raus. Das ist ja... Sieht doch hier keiner durch mehr. Schöner. Mit dem Blödsinn nehme ich auch mal raus. Den packe ich erstmal hier rein. Das war ja ein Fail. Den packe ich auch weg. Da haben wir noch so ein... Horstel. Hier haben wir noch ein paar so Trotzbüller-Dinger. Da haben wir noch ein... Jetzt gibt es halt ein Fuse. Nein. Dann machen wir das mal. Ne. Quatsch. So. In Fuse. Nein. Quatsch. Quatsch. Ach hier haben wir eine Fuse und dann kommen wir die rein. Na gut, dann stellen wir die erstmal da hin und dann gehen wir nach Koppel fahren. Habe ich jetzt doof, habe ich die nicht weggepackt? Ich habe irgendwas anderes weggeschmissen jetzt. Das kann natürlich sein. Na gut. Nimm halt dich. Hier mal so ein bisschen... dicht machen. So. Bitte auf Output. ID5 ist richtig. Ein halbmal circa. Kriegt aber noch Energie, ne? Ja. Kriegen sie noch. Sehr gut. Dann können wir ja noch gleich unseren Dialing-Device hinstellen. Der Dingeling-Device. Das ist der Transmitter. Den können wir auch in den Lecken. Den Lecken. Den Lecken vor allem. Den legen. Der muss noch hier zeigen. Da kommt dann drum. Das wäre die noch alles anders bauen. Keine Angst. Warum? Hä? Muss ich das verstehen? Da jetzt... Ach, das Ding. Weil da gar nicht die Dinger drin waren, sondern... Der. So. Jetzt noch was aber hin. So. Der schaltet das ein. Das heißt, wir brauchen noch so ein... Fist-Diva. Und wir wollen noch einnehmen. Set du stick. So. Dann mal drehen. Und dann ist er auch schon bereit. Dann brauchen wir nur noch... Obwohl die können wir... Den können wir noch nicht hinsetzen. Dann müssen wir erstmal die Dimension ja bereisen. Stimmt. Ach Gott. Lass mich bloß in Ruhe mit deinem... Hallo, bleib doch hier. Ach. War ich denn? Hä? Jetzt. So. So. Wie gut. Das, 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 das haben wir. Das heißt, wir können jetzt... Erst einmal das deaktivieren. Da Teleportation. Funktioniert super. Wir brauchen nicht ewig warten. Und der hier funktioniert nicht. Ach, eigentlich ist das scheißegal. Wir brauchen nur den hier eigentlich. Wir eichen den jetzt nachher gleich hier auf den anderen. Und dann können wir auch so dahin reisen. Theoretisch könnte ich hier auch die alle rein machen und bräuchte nicht den Teleporter-Raum machen. Aber ich finde das so. Na? Ich sehe nichts. Boah. Ich sehe aber nur schwarz gerade. Alter Schwede. Was zum Teufel. Ähm. Warte. Irgendwo muss das doch sein. Oh Gott. Ich hoffe, ich finde das. Da ist das Haus. Boah. Wuckelt ganz schön. Aber sogar hier können wir fliegen. Ey. In einer anderen Dimension. Also wo bitte braucht das Ding Energie? Sag mal. Wie geht die Energie hier Dimensions weit oder was? Die kann ich da produzieren. Das ist ja echt krass. Also theoretisch. Wenn der Panda jetzt so ein Gerät aufstellt. Kriegt er dann auch Energie von mir? Ist immer so gefragt. Aber egal. Wir wollen ja hier ein bisschen. Schein abbauen. Äh. Dann brauchen wir die andere. Hacke. Da. Weil ich hier Koppel haben möchte. Brauchen wir gar nicht so lange hier rumbuddeln. Aber. Ein bisschen. Dass wir Koppel kriegen. Oh. Wurde mal hier noch so lange. Oh. Das war der Eingang. Den wollte ich eigentlich nicht wegbuddeln. Aber egal. Der City macht ein bisschen. Naja. Baut mehr ab. Weil die ein Level höher gelevelt ist. Muss die andere auch mal noch auf dieses Level bringen. kann. Die Silktak Schatte. Aber wir haben genug. Hier ist sogar was. Aber das ist uns jetzt egal. Warte. 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 Kann ich? Warte mal. Wie kann ich jetzt. Wenn ich jetzt den hier. Warte. Warte. Wo tdp. Ich glaube nach Hause. Weil ich nichts umgestellt habe. Ja. So. Hier können wir jetzt ins Abbaugebiet direkt. Wenn wir wollten. Aber das werden wir immer so machen. Das sind dann hier unten die Dimension einschalten. Weil das müssen wir eh. Und dann. Interpretieren wir dahin. Und dann können wir da aus. Mit dem Gerät dahin porten. Wenn wir wollen. Wir können aber fliegen. Da sind uns hier alle Möglichkeiten offen jetzt. Ne. Bau Bau. Ja. Findest du auch. Achso. Geht ja eh nur so. Einzel. Aber wir haben einiges an Koppel wieder. Hätten wir das schon mal. Kriegelt. Da guckst du mich so an. Ja was ist. Was guckst du so. Hm. Wollt ich denn. Ja was hat der denn. Will er hier was fressen. Ne. Will er gar nicht fressen. Oh. Dann holen wir uns was wieder. So. Ach ja. Da. Die süßen Wau Waus. Die brauchen wir noch einen Namen. Falls ihr Namen Vorschläge habt. Schreibt rein. Gut. Aber das Ding ist dann ja soweit fertig. Brauchen wir nur noch. Ein simple Dile Eichen. Und dann. Reichen wir mal hier drauf. Und dann müssen wir noch eine Dimension suchen. Die wir dann zum Laufen bringen da. Ne. Baba. Ja. Ach. Warum lauf ich hier hin Baba. Hm. Welche Nämpe denn. Äh. Erstmal die Hacke. Ja. Ich hab gleich hier drin verstanden. So. Was bist du denn? Erze Power. Die können wir uns noch nicht leisten. Du bist Eisen. Diamanten. Auch nicht schlecht. Kohle. Ja. Wir nehmen erstmal die Kohle. So. Die kommt natürlich. Oh. War ich falsch gebaut. Und noch hier gar keinen. Dialer. Warum war ich eigentlich ein Dialer? Ach. Weil ich ihn auch noch hier irgendwo hinstellen wollte. Ne. Das Ding. Gut. Den brauchen wir ja auch. Den. den Device. Das machen wir mal dann mal hier an den Rand. Bam. Der braucht auch Energie. Das heißt wir müssen noch den. Power. Die Power Cell holen. Äh. Äh. Da ist die drin. Gib mal hier. Dankeschön. Hier. Der ist noch nicht entfügt. Mach das mal. So. Den muss ich ja auch noch einen Namen geben. Ähm. Du gehst ja in. Wie heißt das nochmal? In die Pädowelt. Ne. In die pädofreie Welt. Also. So. Dann bin ich mal um. Panda. Freie. Zone. Ne. Jetzt einfach. So. Dann sollte der hier jetzt auch. Weißen. Genau. Können wir da mal bestimmen welchen wir haben. Du wirst dann. Ähm. Wie nennen wir dich jetzt? Ah ja. Anschlagbezögerung. Leck mich doch. Nein. Ähm. Kohle. 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 Nen wir den. So. Dann gibt es Kohle ohne Ende. Wollt dann hier auch den anderen. Sehr schön. Da setze ich jetzt kein extra Transmitter hin. Wir wählen dann einfach mal einen von denen aus. Und dann. Kann ich immer den ersten. Dann können wir uns auch dahin beamen. Wir brauchen aber noch einen Dimension Builder. Und auch den müssen wir Infusion. Was wir hier alles zu tun haben. Und ich mache es immer wieder. Das ist echt krank. Wenn man die eine fremde Steuerung drin hat. Ach. Was ist mit der Power Cell? Die ist natürlich. Okay. Die muss ich noch bei dem anderen hinsetzen. Haben wir noch so ein Ding? Ja. Ja. Hier habe ich auch keine mehr drin. Das heißt. Wir müssten uns mal. Welche machen? Ähm. Link. Was ist das denn hier? Link Card. Um den Commuters. Okay. Das ist nichts von uns. Ach. Wir haben keine goldenen Nuggets mehr. So. Da haben wir da ein paar. Können uns acht so eine Link Card machen. Die wir schon mal alle hier verlinken. Ach. Hier haben wir noch einen Dimension Builder, der aktiv ist. Okay. Wir machen uns trotzdem noch einen. Der wurde das falsche Gerät. Ah. Immer wieder. Link zu fünf. So. Was mit dir? 99 Prozent. So. Drei Menschen. Bilder. Würde ich gerne haben. Aber ich sehe ihn nicht. Den vielleicht falsch geschrieben. Nö. Eigentlich nicht. Egal. Da ist er. Da. Da fehlt uns der Emerald. Ich erinnere mich. Ah. Das heißt. Wir brauchen Emeralds. Paper. Kann ich? Nein. Nicht damit. Ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, was er noch brauchte. Na. Wir gehen erstmal hoch. Gucken, ob wir dafür wenigstens einen kriegen. So. Guten Tag. Ähm. Ja. Ich mach's immer wieder. Ich versuch das mal mit E zu öffnen. Ne. Er will tauschen. Das stimmt. Nein. Das stimmt mal gut. So geht das ja. Dankeschön. Das reicht doch erstmal wieder. Müssen sich mal eine Emerald-Welt machen oder so. Wir haben uns eine Diamanten-Welt leisten können. Da kann man doch eine Emerald-Welt leisten. Dann brauchen wir die Villager gar nicht mehr. Ich muss nicht zum Emerald-Farm. So. Runter mit uns. Und jetzt sollten wir so einen netten Bilder bauen können. Wir haben hier schon welche. Warum haben wir da schon welche? Kacke. Ich bin doof. Ich bin echt doof. Egal. Sind wir alle noch gebrauchen. Wir haben ein paar Dimensionen. Aber schon wieder. Das geht ja hier nur eine rein. Hier komm. Mach mal deinen Job. Haben wir hier eigentlich noch ganz viel drin? Nö. Gar nicht mehr drin. Super. Ähm. Nein. So. Klar. Ich weiß wieder was ich wollte. Schwarz. Ja. Bau Bau. Finde ich auch. Ja. Bau Bau. Bau Bau. Finde ich auch. Ich muss echt auf der Minecraft spielen. Das ist ja schlimm, dass ich das mal verwechsel. So. Dann. Ah. Einmal hier ran. Das loswerden. Den loswerden. Dann hoffentlich rein. Kommen wir hier schon weiter. Na. 80 Prozent hat er. Sollte dann gleich fertig sein. 94. 100. Perfekt. Weißen wir gleich in den nächsten rein. Dann haben wir da schon mal alles. Fürs nächste Mal. Äh. Wo bist du jetzt da? so. 100 Prozent. So. Den machen wir auf. On to activate. Version kann rein. Die wird noch nicht laden. So. Und jetzt beginnt der Spaß. Wir müssen. Die coole Welt aktivieren. Wollte doch eigentlich. Ja. Nimm den da vorsichtshalber mit. Und dann. Ja. Jetzt ne Pedeiler brauchen wir. Den hat ich da schon hier drauf eingestellt. Mach's doch. Trotzdem nochmal. Äh. Mach's nur noch kurz weg. War eine freie Hand. So. Wett läuft. Äh. Da. Muss es jetzt. Kohle da. Dial. So. Das ist unsere Kohle Welt. Kennt ihr ja glaub ich schon. Hoffe ich zumindest. So. Hier einmal kurz. Receiver Set. die hüpfen auch noch fröhlich umher jetzt will ich mal gucken okay er zeigt echt an wie weit die welt geht dann kann auch darauf gehen das ist gut das heißt wir sehen hier immer energie wird langsam leer wir sollten mal langsam was neu ist aber jetzt bin ich mal was ist das für holz ist nun komplett voll geladen jetzt gerade den gut energie für diese welten da sind auch hülchen cherry wood könnten wir eigentlich also eine position mitnehmen oder dann brauchst du auch noch ab und ich sollte es durch das an ich wollte man mit einem schlag abbauen kann das ist schon krass da kann auch klingt jetzt nicht mithalten und dann ist noch mehr so schön gut dauer und zwar ich das erst mal er gibt ja mal ein paar mal ganz kurz gucken wie das so aussieht da war das hinsetzen ok kann man machen ich glaube damit haben wir es dann hier das sollte ich noch mal schnell gut sein konnte ich noch mal ob ich ihn da hin auch wirklich gesetzt hat ja bis sie über 5 können wir den eigentlich noch benennen ich will das mal gucken die dimension ist richtig stabil hier von energie her kann unser zeit lassen müssen uns nicht herum hätten bei die fünf fünfmal und er heißt kohl bitte nennen den warum ohne kohle ja da sogar schon das ist gut alles richtig ab nach hause gut das heißt wir brauchen jetzt nur noch wir brauchen das nicht damit an sein dann hier zeigt natürlich nichts an weil keine hf tool dimensionen so der trick 17 anwenden dann stimmt das auch testen noch mal kurz ach jetzt muss er ja ja muss er neu an machen sonst wusch wir sind in kohle sehr gut jetzt rück ja das passt jetzt müssen wir nur noch den mode ändern die lantz hier sollten wir wieder interrupten können gut perfekt müssen nur noch gestellten packen dann haben wir das zweite ding fertig dachte ich hätte noch die dinge alles jetzt brauchen warum habe ich den was ist das ja eh noch umbauen nachher so dass wir erstmal sehen hier welche wir haben oder fertig reicht erst mal hin haben wir die zweite fertig das geht doch langsam und so seht ihr die dimension auch noch mal falls ihr welche verpasst habt und wir können die schön erkunden aber da würde ich sagen dann lehre ich mich jetzt aus mache ich hier jetzt auch ende und wir sehen uns in der nächsten folge also dank zusehen macht gut bis denn